So, wir sind da jetzt auf dem Glödis, 3.206 Meter oder was, gell? 3.206 Meter, ja. Drümmen ist der Grosgeockner, der ist verhüllt. Da drümmen ist das böse Weiberl, da hab ich gesagt, da bräuchte die Bälle nach oben gehen, irgendwo. Drümmen ist mir da der Gletscher, Bezäck, Käsekopf, da war ich vor zwei Augen. Da sind die Sixtender Dolomiten und da fährt die Lienzer Dolomiten und da drümmen, das ist der Venediger, die Venediger Gruppe und in Ankogl, keine Ahnung, wo der da ist, da ist Gipfelkreuz. DJ Kuti, das heißt eigentlich, ich bin der DJ Kuti, Bezäck, 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 der ist da? Das war 21. 19. 2012.